und und manche Logik Paxson im Spiel aber ich meine für die Zeit wo es mir ausgaben wenn sich die Strecke ist hier stückbar genau egal egal will ich jetzt nicht damit zu lange aufhalten mit au fail We love the Jagd schad Ich habe die Sumpflutzaug getötet jetzt geht die Stappen wieder ein bisschen Ruhe ein hier ist vereinbarte Geld 3000 zwei Wochen Steakkoordinaten und eins habe ich da schon gefunden Was noch was für mich zu tun? Sicher, ein Stalker-Trupp ist neulich in einen Tunnel durch die Anlage gegangen und dort auf Mutantenlage gestoßen Sie waren alles so verhengstig, dass keiner von ihnen überhaupt beschreiben kann, was für Mutanten das waren Zwei von den Stalkern haben sich nicht mehr nach draußen geschafft Den Leuten ernsthaft machte sie wirklich Angst, deswegen haben sie zusammengelegt Der Albelono für 5.000 Trubel für diejenigen ausgesetzt, der sich um die Mutantenlager kümmert Das ist nicht ungefährlich, deswegen solltest du dir gut überlegen Wäre das was für dich? Ich weiß auch ganz genau was da jetzt ist Wenn das jetzt wirklich da ist, wo ich denke, dann... Hey! Das Bild irritiert mich Sieht nämlich nicht aus wie ein Controller, sondern wie die so... die komischen Zwerge Das ist nicht wie die Heißen richtig die so... Physik-Dreylaufs einwerfen und alles so ein Quatsch ich bin immer hier ähm... ein bisschen... Upgraden... 0,33 Gewicht Ich bitte euch... Ach, steh hier... Ich habe ja nicht mehr Munition... Wie, was ist das denn? Ach so, es ist das was denn schon drauf ist... m man sieht sich der Mose Christos Batterien, die eingekapselten Teile des Autofaktes Blitz als Energiegrille nutzen. Wie schwer ist das? 5 Kilogramm alles zusammen. So, ich muss mich mal ablegen. Ah, siehste. Die Dings rein davon. Warte mal, warte mal, warte mal. Nee, ich hätte mich jetzt aufgewogen worden, wenn ich dafür Munition drin hätte. Komm her, Bruder! Hallo? Ah. Ach, soll er gar nicht haben. Okay. Oh, eine vierte Munition. Oh, ja, nicht. 60 Schuss für 1.21. Äh, 1.252. 2.21. Ja, so bleibt dann die Körneres übrig. Ja, echt, die Preise hier, das gibt gar nicht. Es gibt Spass. Spass. Spass 12. Okay. Bis dann! Okay, ich bin kackier. Ich hoffe, der wird mich immer an diesen Let's Play erinnern. So, steht noch auf dem Plan. Ah, hier ist es. Ich sehe es nur ein Stück. Aua. Ich quatsche, manchmal bin ich echt nützlos Kram da drin. Parkplatz, ähm, ich brauche so einen Hürer. Gut, sie ist verloren. Ach, hier ist schlecht. Ich muss mich überwarten, ich habe eine Frage. Nein, es wird mir so gewundert, wenn er uns da hinführen kann. Ja, dann geht's eben zu Fuß. Wir hauen noch ein bisschen rein. Die Markierung. So. So sieht aber nicht schön aus. Hey, Keren. Ach, siehste. Wo war das jetzt mit dem Tunnel? Ach, hier. Östlicher Tunnel. Nee, das ist das nicht. Das ist das nicht mit den Dings. Mit dem Controller. Die Videos sind doch richtig hässlich. Naja, was soll ich denn erwarten müssen? Ähm. Es sind das doch bloß diese Zwerge. Doch, jetzt erinnere ich mich. Das sind zwei Stück gewesen. Ah, hier ist es. Ich glaube, das hatte ich mal erwähnt mit diesem Zug, wo dieser Blitz drin ist. Die sich bewegen. Kann ich euch mal zeigen. Hier war auch ein Artefakt, glaube ich, drin, oder? Das ist schon eine Weile her. Und zudem habe ich auch noch alle drei gespielt. So, kommt man mal schnell durcheinander mit den Quests. Mensch, ey. In den Aufgaben. Naja, zu lange, wie OV spielt. Hm. Guck, wenn die einer rum. So, weg. Oh, gut, sauer. Sechs Stück. Da, da sind sie. Ja, ja, genau. Da war es so mies, glaube ich. Zombie-Fried. Entlaufen. 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 Aber, warte mal. War hier nicht irgendwie das Versteck? Ey, bin schon vorbei. Bin schon vorbeigerannt. Also, irgendwas... Irgendwie erinnert mich das auch anders. Es spielt alles. Oh, ne, nicht das. Nein. Jetzt habe ich nicht mehr mein Ding drauf. Die ganzen... Vielen Dank.